immer nicht so schwanger wenn er es jetzt sagt dann verlieren wir wenn er ja jetzt sagt du bist auch gelandet heftig machte den Spawnwash also machen wir da bei euch darf ich nicht Spawnwash ja nicht Spawnwash wir sind immer Objective aber was okay darf ich Kavera nehmen? kannst du Kontakgranaten mitnehmen, Fabius? ist es okay wegen Kavera? ja ist es okay ich hab welche, ich hab welche, ich hab welche, ich hab welche, ich hab welche ich hab auch noch welche, alles gut nein, bleib mal, bleib am Ende passt schon alles oder so, was ja auch mal Heftchen machen wir unser Spawnkill äh, mir auch genug ich mach um die Lupe, ich mach kein Spawnkill, ich mach auch hier offen nein, nicht Spawnkill, aber ja, ich mach auf jo von einem Closett bitte nichts, äh, Reenforcen äh, Payne, hast du Impacts dabei? jo magst du da wieder zur, gehst du damit, magst du, äh, da wieder zur Küche aufmachen? ja, 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 darf ich hier Reenforcen? hast du nicht, ja ich sag ne Closett nicht Reenforcen doch, geht da noch ein Reenforcen bei euch meine Drohne habe ich äh, Payne, mach die Schnapp dazu zwei Drohnen habe ich was? also ich mach mich um die Lupe alle, alle Lupe bitte zumachen genau also ich hab zwei normalen Prozesse und dann bitte noch die Impact werfen zur Küche, Versammlungshalle also die rechte Wand da okay so, hier rechts danke B.J. wo braucht ihr noch einen Impact? hm, wir gehen ja haben wir schon, haben wir schon ich mach hier die Türen zu B zu und das ist Schluss Securing Guard oh, Hauptdeingang, Hauptdeingang Hauptdeingang, Hauptdeingang haben wir das ganze in die Camps gucken jo, einer Hauptdeingang Mare komm, hier, bis Jo, bei dir ist auf jeden Fall eine, äh, ohne Water äh, bei dir steht einer an der Tür ist aber noch hinten einer droht, einer droht noch die Panter kriegt die Drohne natürlich, ich müsste bei dir jetzt fünf an Gott wir haben drei Zuschauer, seid gegrüßt, ihr drei Zuschauer danke, liebe Creeps, guck zu gleich so viele, ey aber hier ist hier, hier ist Blackwind, wo? hier oben ist jemand bestimmt meine Mutter, die mir zu schaut die Tür zur Lobby ist offen oben ist es, OBSS bei mir was heißt oben? ich habe einen Blick, wenn sie uns, der es kommt das ist Eckgeschoss, ne? ah, hinter mir, hinter mir auch immer gesagt, keiner vom Tower House der hat doch gesagt, OBSS geil, da piekt jemand in Lobby rein das ist Termite von Outside nein, Ying und da kommt eine Drohne reingefahren okay, ist doch Twitch Drohne, sie haben Twitch und wo kommt die? die kommt durch Main Hall ich war auf jeden Fall schon in dieser Halle da drin Versammlungsalle äh, wenns geht, kannst du die Twitch Drohne dann aufhalten geht eher schlecht die haben Drop aufgemacht guck mal Camps einer steppt über uns wie ein Elefant, Patrick, aufpassen wer im Hintergrund der hat Markiert, da war Ash der hat zum Markiert gekauft Ash ist tot, einer noch Assembly Hall wir warten Papa, I've been located by Op 4 ich hab die Drohne nicht geshootet bekommen ich hab die Drohne nicht geshootet bekommen Hauptengang Hauptengang, Hauptengang, glaub ich irgendjemand hat da ne Tür Ying ich bin voll fest die müssen jetzt kommen die kommt von der Luke rein, die kommt von der Luke da rein die Ying kann zurück gehen rein, der Wahnsinn zumindest zweitens, dritte, dritte ich hab die da noch mal weg hier war der Defuser gut schaff gut wort geschrieben ich nehme jetzt mit oder okay dann spiele ich zu wieder nach spiel und spieler ok wenn soll ich spiel patrick in solch spiel wofür brauchst du perfekt ja ich hab's muss ich habe kein jackal nein passt vielleicht tätscher ich konnte es noch wechseln der schwachkopf hat auf den lmg von fetcher keine aufsätze drauf der chart ist ein lmg das 1185 ist ein lmg bei dem sturmgewehr nutzt man auf den kümmern ganz klar ja die haben keff aufpassen hälfte der bombe so mag ich werde hinter der bombe die bleibt der stück die ganze runde lang kuhl wie du rum wackelst mit der drohne hälfte mp die kreis jetzt sind guck das hier das liegt an der maus dpi ja auf jeden Fall das liegt an der Profis in der Maus die du dir gekauft hast ich habe an der ich habe mir die nicht geglaubt ich habe die geschenkt bekommen einer ist in der Sample Hall habt ihr schon die Baustellen kennst? ich fahre mit Drohnen in Baustellen rein äh Klaff ist ein Tower hoch Big Tower oder Small Tower? ja Big Tower äh Switch wir brauchen dich unten hier oben ist ne Elas was heißt oben? Bandit ist auf dem BRB-Spot schön Panther gedauert auch ne nein mp ist sicher dass du dir ganz alleine rein möchtest fahre mit so hohes Cavera Panther ja das ist schwierig da du musst einfach den Weg halten bis die dummwürst ähm ich geh mal hier bitte vor hier ist ein Loch passt auf ich mach Bandit scheiß weg und er ist auch nicht so stark einer ist bei B wir haben dann direkt in die Rewindow ich stehe jetzt alle nach unten oder was? ich leck ab ich bin unten drin mit in die Piusa ja pain halt du den Winkel zu oben bandit ist das glaube ich kannst du da in die Rewindow wir haben so die Rewindow kann ich auch machen Achtung halt im Winkel ich leck mal auf mach doch da die Wand auf ach so einer kommt aus dem die Holtwitsch ja ich halte hinten vor ach komplett auf ja halt halt du hin ja wobei soll ich es komplett aufmachen oder soll ich nein hebt dir noch eine Ladung auf vielleicht brauchen wir die einladung das oben wer war das? war das Cavera? ähm ich weiß es nicht ne keine Ahnung kann durchaus gewesen sein brauchst nicht mehr halten hinten einer ist auf dem Spot los Bände tot ich geb hinten was schon nein Mira ist bei mir ich hab die Mira angehlt Mira ist wie weit ist Half-Life ja ist dir egal ist dir egal bleibt ruhig wir haben noch 40 Sekunden das reicht nein ich bin reingeflogen easy ich würde mich so töten jetzt ich hab dir nicht gehört mir habe ich angehittet mir habe ich angehittet oh was war das? beide sind im Raum cap ähm ich brauch hier ne Tletcher ähm genau nice good job Oh die hab ich gedown-copped wow das nuestro angezeigt ey Das war ein bischen Du siehst aber du hörst ja wenn die gedown ist Leute wollte ich grad hochhelfen Ich hab denen nicht gehört Das war cool Können mal Panta Taktik, dass ich dir gesagt habe. Warte, sorry, dann hast du es. Wie jeder noch mal eine Sekunde vor, er umpickt. Das ist halt so. Ey, da kriegst du echt die Herzkasper. Oh, scheiße. Also die beiden Fenster hinten wieder, oder? Ey, ich hab auch ein Loch. Okay. Soll ich dir auch noch gehen forsen? Die Connection? Okay. Wow, ich hab jetzt noch zwei gehen forsen. Soll ich einen machen? Ähm, hol noch eine Karstenband hin, hier das große Fenster. Die beiden Fenster da. Hab ich schon. Die beiden Fenster, und die letzte? Hier, oder? Ich mach jetzt einfach. Patrick, wo brauchst du noch Benettinger? An Wendern, die in das Mierer Fenster kommen. Ja, welche Wendern? Wo willst du denn das Mierer Fenster machen? Nicht fünf, sondern vier. Ja, danke. Die kommen bei mir rein. Hier. Hast du einen Impact, Rainer? Ja. Ich hab einen Impact. Soll ich öffnen? Ja. Pass auf, pass auf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir kommen in Richtung Haupteingang, glaube ich. Da ist eine Drohne grad eingefahren. Pusch mal von unten, Rainer. Haupteingang ist grad keiner. Hm, weil von der... Oh, nee, hier bei mir. Hat einer am Fenster hier der Raum. So ist Pan da. Oben ist einer... Die sind oben entlang gerannt. Ich hab's gewusst in meinem... Wo oben? Wo oben? Ja, da wo ich gestorben will. Also darüber einfach. Ach da links. Auf dem Dach laufen auf jeden Fall Leute oben zu. Das kann ich da nicht hören. Lobbycam ist da und gegangen. In Lobby ist jemand. Ja. Und auf dem Dach ist ein Black... Pain, ich hab deine Cam. Auf dir erst kommt eine Cam. Ja. Hab ich. Schön. Heiße. Und du bist tot. Lol, what? Hä, wie dumm hat dich denn? Schön, Alter. Da war noch einer. Links von dir, links von dir. Also... Pain, nicht pieken, nicht pieken. Lass die drohne. Lass die drohne. Warte, du kannst... Einer ist drin, glaube ich, hier. Oder im Raum. Bedeutet, die müssen eigentlich gedroppt sein. Hinter dir, hinter dir, unter dir. Ja, ich lieb fliegt nie. Ah, hier, 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 hier. Schön, Patrick. Okay. Alter, wie er durch die Wand schießt. ihr seht. Ey, wo ist der? Der ist schon bei A drin. Leute der ist auf Stairs, der ist auf Stairs, hinter dir, Patrick. Der ist? Ja, auf Stairs, der ist auf Stairs. What? Nein. Die oder die rechts von mir? Unten. Die rechts von dir. Die rechts von dir. Die rechts von dir. Die Bahner kommt auf die Seite. Links von dir, alter. Links von dir, alter. Nein, ich bin nicht gebrochen, weil ich reingehe. Ja, wer hat dann, die haben da ein Loch reingemacht. das ist eine Elimina und schon ist einer, unten ist einer einer ist auf B nein, ich seh nix sorry Leute nein, da klappt mir ein MVP hat er grad nicht die Decke geschossen man hat ja auch ihren Arsch gesehen ne, ja, sorry ja, geiler Arsch, ey Alter, der Fall ist doch was falsch mit war 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 schwer zu sehen war so klein ja, eh, jetzt so weit Pain spielst du Twitch? ne, ne, nimm Checker ok, dann Schackel, es heißt Schackel warum spielst du Checker mit Schott gar nicht haste das was, hab ich Schott gehalten, Junge das hab ich immer noch nein, du hast Checker mit Schott Schott kann das ist auch recht, ich bin da hingockt nein Jekyll hatte auch eine Sekunde der Schott kann hm, easy zwei Schott ganz ich hab mir so angezeigt, dass du Jekyll mit Schott kann hast also ein Sekunde der Schott kann ja Sekunde, die machen die komplett selbe Taktik ich spiel den immer mit Pistole hm, du ja ja schade, das hab ich jetzt nicht wegbekommen haben wir einen Plan? haben wir einen Plan? äh, ich stell mich aus Vordach und und wir wissen doch wie wir unsere eigene Taktik kontern können also, ist das easy äh, nein bändet es runter, gerannt in die Hauptlobby nicht verlegt Stacheldraht wenn, wenn jemand hört, jetzt bitte in meine Camp hinten im Tower gehen im kleinen Tower jup lasst erstmal unten reingehen von unten kommen wir besser ja einer ist unten einer ist unten in der Nähe vom Mainhall ja, darum gucke ich ja, dass niemand Big Tower steht und da snipet echt hier? die haben das Loch aufgemacht vom Turm zum Spot und wo zum Spot? äh, da gibt's doch so einen kleinen Gang, wo du zum Spot laufen kannst ach, meinst du das über Meeting Hall? ja, da auch King da ist jemand gedrockt, da ist jemand im Tower und, da weiß die Frage ohne gerade Tower Tower sind die Wände zu ich glaube unten im Basement ist einer, ich bin mir nicht sicher boah, lauft wahrscheinlich so vor herbei naja, schon lieber Warno muss mir das gleich einen Gefallen tun was denn? geh mal in meine Camp ja, warte warte ich stell sie richtig hin ja warte ich ah, ist das die Cam im Arsch, ok äh, fahr mal mit deiner Cam vor und wenn da links einer steht ich hab's gewusst, in der Versammlungshalle ist einer äh, wir könnten jetzt, äh, He-Ballern äh, meine Cam ist auch down wo denn? Jäger ist in der Versammlungshalle wo verbraucht ihr denn da nicht vorne? alles klar, er gibt mir direkt in den Raum pass mal lieber auf, dass ihr nicht sterbt hinter uns, glaub ich, hinter uns glaub ich fand er ne, der Haupt hinter der Bombe Jäger Versammlungshalle na, das wird schwierig den Schutz kriegen, ne jo du brauchst das Fenster nicht ab-aim, Rainer da wo du mit den Ampst Jäger piep wieder kurz du brauchst das nicht ab-aim, da ist keiner ich hab doch gesagt, ich hab ne Tower, äh, einen Cam in Tower kennst du mich? nein, Rainer wie hockt, hinter, hinter, wie hockt die das ja ich bin, oder? kommst du so nicht die Fresse, Fabius ich bin nicht gestorben, wir sind Affe Tauer läuft irgendwas Smaug Liga ist da, wo markiert ist ah, meine Camping-Chan Tower ist kaputt hinter dir kommt so vielleicht einer Leute, 20 Patrick muss Backup geben und, äh, Brumso muss planten ja Trice war schreiend kann sich nichts mehr machen üben, den Kill wenigstens erforder sich ne ein Kill will ich jetzt auch wieder sehen, warum die durch den Gallen Smoke schauen konnten aber ich nicht weil der Smoke immer noch kleinseitig ist ja, richtig coole Idee es ist Unisoft kommt eigentlich auch so weit was ja bei ihr war der Smoke schon locker weg oder so warum diese können wir wieder nach unten gehen, ne ja das weil irgendwelche falschen Settings gemacht worden sind egal wir, 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 wir müssen darüber nicht reden wir pieken eigentlich, ist ja alles ok, ne ich guck nachher nach dem Match, die Settings schon mal durch die wirklich alle so stimmen, aber die müssten eigentlich stimmen ah, die planting time hat mir eben auch ein bisschen lange vorgekommen ja, wollte ich grad sagen die war ungefähr 10 Sekunden länger als es ist Leute, wir müssen ja hinterher nicht die Spots nehmen, die wir äh, die jetzt eigentlich zu wären ja, wir brauchen den Connector ich hab nix, den Connector machen ich mach die beiden Hatches oben zwei Drohnen hab ich hast du beide? Patrick, wo brauchst du Jäger Device? wir brauchen Jäger Device irgendwo hast du? hast du den Impact wieder geworfen Payne? ich hab kein Impact ich hab kein Impact ich bin nicht oben, ich bin oben mit Docs ich bin nicht oben mit Docs nein, 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 sie wollten den Hauptpower rein ich hab gedacht na, legst du dich mal hin, lässt du dich mal ein bisschen bräunen, ne wollen die da rein bei mir ich bin ja Main Hall ist keiner oder wir haben ne Welt sag es is einer ich bin Welt Not pounds Junge, also dafür hätte ich nicht erwartet, dass das dann auch noch sein wird. Hättest du nicht erwartet, ne? Das kam unerwartet. Ah, wir hätten hier noch ein Fenster gebrauchen können. Oben ist nur wieder einer. Ist eure Fenster, wenn ihr welche brauchen, ist der hier auch einfordert. Bei dir oben, Melkwink? Ja, Patrick, ich hab die Camp. Ich hab hier die Treppe unten, wenn eine runterkommen sollte. Hast du, achso, das kannst du viel mehr, ne? Warte, es steht noch in der Outside Camp? Ja. Das sind fatale Fehler. Panther, das bist du, ne? Jo. Manhole kommt, ist jetzt noch nix. Den Bereich kann ich nicht mehr absichern, da sind zu viele Leute und das ist alles offen. Ich kann ja nichts. Panther, soll ich zu dir kommen? Ja. Panther, soll ich zu dir kommen? Dann hättest du das hier hinten. Alter, hier runterkommst du nicht noch. Ah, warum ist hier zu? Der Ding ist hier irgendwo. Der Ding ist hier irgendwo. Der Ding ist hier, ja. Nicht so abbruschen. Scheiße. Ja, ich will halt nur hinter hier meinen... Panther bleibt da einfach, ich sicher hier mit uns ab. Kannst du die Camp gucken da unten? Camps kann ich machen. Die ist oben, die ist oben, die ist oben. Ja, der ist oben. Ich hab mich jetzt mal nur als Bait. Ja, lass sie runterkommen, lass sie runterkommen, ich hab hier einen guten Spot. Okay. Pain, warte einfach. Ich kann mir einen Headshot geben, ich sie auch nicht. Ich kann dir sagen, wenn die Fotze aufstärs ist, ich hab hier ne... Geiler. Nee. Wo ist sie? Genau wo ist sie? Genau wo ist sie? Imperius, geht zurück zum Spot. Du hast nur 20 Sekunden. Imperius, geht zurück zum Spot. Pain aimt jetzt ab. Die muss dahin langzuschneiden. Ja, sie kommt dann. Wo kommt sie? Rippe runter. Bei Pain. Passt auf jeden auf. Und... Ja, sie kann's gar nicht mehr schaffen. Bleib einfach zurück, Pain. Du kriegst keinen Tod. Ja, ich will den Kill. Ja, ist die Greedy also. Ey, das war jetzt auch wieder so lustig. Ich will nicht viel. Weißt du wirklich, ne? Ich wollte mich ganz oben in den Tower reinlegen. Da wollte ich ein bisschen schlafen, ne? Ein bisschen schlafen, Alter. Die machen auch... Ich no-scope den ein. Ich werf das, die vier an die Wand. Sind das? Und die hängen da alle an ihrem Seilchen. Ach, hier sind Seilchen. Aber die Night of Sale war echt nice, ohne Scheiß. Hat irgendjemand noch Smokes? Was für ein Operator Smokes? Ich kann... Ich kann... Ach, ich nehm Kapital. Glass? Ich werde niemals verstehen, warum Jekyll Smokes bekommen hat. Ying, nimm du Smokes mit. Ja, Ying, doch Smokes. Hab ich. Gut. Das Team 4, Alter. Das war echt sexy, den Killfeed oben zu sehen. Reiner Wahnsinn. Der Team wird auf jeden Fall im Nachhinein da noch hochladen, ne? Ja, ja. Fane. Fane, mein Name ist auch richtig passend zum Killfeed, ne? Hast du dir jetzt mal das letzte ESL-Match von meinem YouTube-Channel runtergeladen? Die sind ganz unten. Nee, du musst dir die Dateien schicken. Ich kann dir die von deinem Channel nicht runterladen, bitte. Kennst du schon die neuen Citroën C4? Convert to MP3.net. Oh, wow. Da muss ich ja richtig lachen. Hey, der war doch gut, oder? Wo sind die? Ja, ja, der war super. Unten? Unten. Wie kann man das nicht mitbekommen haben? Leute, easy, wo meine Drohne steht, ne? Leute, wo sind die jetzt? In welchem... Unten. Waschküche. Obwohl sie da eigentlich nicht mehr sein können. Ibana, wie so sponsst du da? Five seconds. Wurde grad fragen, ne? Ibana lebt gerne gefährlich. Kapitaus aber auch hier. Auf dem Schrottplatz arbeiten nur schwarze. Das weiß noch jeder. Activating drone. Aieieiei. Wo soll ich jetzt mit den Smogs machen? Abandoned wall und unten kriegt einer raus. Ela. Wo ist sie? Oh, er ist Main Hall. Ela ist Main Hall. Also nicht outside Tür, sondern inside Tür. Warte, Patrick, lass mich drohen. Zwei Leute. In dem Raum selber steht niemand. Habst du in die Pfotze? You have located a bomb. Bandit-Dinger sind weg. Hier sind zwei, äh, zwei sind da drin. Smoke und... Er steht was auf, da ist die Wand offen. Da hast du eigentlich keine Chance zu geben. Ja. Patrick, mach auf. Mach da die Wand auf. Meeting Hall ist die Wand offen und Jäger steht da. Ach nee, Bandit-Dinger ist weg. Da mach ich selber Taktik. Ich mach hier mal den Jäger. Ach nee, scheiße. Haben denn, ähm, Mira? Nein. Soll ich komplett aufmachen, oder? Nein, mach auf. Stay back. Geh weg. Ich hab... Ohhhh. Easy. Ihrer tot. Ha! Einer ist in Zeit. Paul soll ich mal rein? Ich flash mal rein. Smoke in Zeit. Hat beide SMGs ausgepackt. Ah, ich bin geflasht. Wo war Jäger? Jäger war tot habt ihr gesagt, ne? Ja, Jäger habe ich. Ja, Jäger habe ich versucht. Smoke is in Zeit. Ja, in Tür. Hinterm Schrank ist einer. Oh nein, ich werde sterben. Oder auch nicht. Du hast überlebt. Ah! Ela, rechts im Gang. Ich hab nur noch 2 HP. Sledge könntest du da weggehen. Ela ist tot, nur noch ein Snack. Oh, nein. Good job. Was hast du denn? Oh, Pain hat so Diffuser. Ja. Du hast ihn grad gedroppt und ich hab ihn dann oft gesammelt. Achso, gerade noch um die Runde vorbei. Komm, Jungs. Den freuen wir uns jetzt noch. Ja, Mann. Aber wenn wir unten können, nicht wieder unten picken. Okay. Das ist best auf 2, oder? Ja. Okay, Mann. Das ist auf 2, oder? Ja. Ja, Kids Storms wieder. Wieder mit, ähm. Mit, ähm. Mit, ähm. Ja. Ja, Kids Storms wieder. Ähm. Penner, genau. Vielleicht gehen die ja wieder nach. Ähm. Hoho. Ich fahr durch meine Nase an, Mann. Ja, vielleicht diesmal nicht so aggressiv. Mhm. Wenn ihr hinten kam, sag ich nicht. Ne, 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 ne. Hör auf, immer reinzuchatten. Das ist unsportlich. Ich liebe Chat. Es ist halt so. Protect the barn. Das macht dich nur regressiver. Das ist richtig sorglich. Hey, ich hab im falschen Chat geschrieben. Was? Ich liebe Unsportlichkeit. Rotation? Mach ich rein? Kann jemand Rotation machen? Hab ich. Ähm. Ja, 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 ja. Protection. So, am Ende, am Ende spielt jetzt irgendjemand fest, dass er dann besser muss vergessen hat, zu starten. Oh. Leute. Ich hab gehört, in Empiris sind ja nicht mitspielt, und ich mitspiel, spiel ich immer auf Empiris Account. Äh, Drohne? Drohne ist bei dir. Patrick, in ihrer Windows kannst du machen. Bist du blind? Nein, die sind aber auch nicht mit meinen Füßen durchgemacht. So, wir werden 100% wieder von da kommen, von Lobby, also von hier hin. Oh, wieder kleiner Tower. Huch! Können Panzer! Ich kam ja von der Garage. Nicht ganz kleiner Tower. Oh, ne. Patrick, mach da hinten mal beliebt. Danke. Das war übrigens ein Monty, den ich getötet hab. No. Am besten bei Schild ausgefahren. Schild ist so der letzte Vorstufe von der Zweiflung. Nicht unbedingt, wenn du eine ordentliche Monty-Thread fährst. Ja. Ich hoffe mal, dass er jetzt keine schwarze Spielplatz macht mehr. Wenn die Fragen, warum ich so unsportlich war, sag ich einfach, dass ich eine schwere Behinderung habe. Nämlich Choretto-Spaß. Ach, du ja auch, du geiles Binderter, Alter. Wenn der Blackbeard jetzt wieder... Ja, bei mir! Die machen selbe Taktik. Oh, ja. Ich hab Tora markiert. Easy. Pain bleibt Notfalls links von der Tür. Von dir aus. Die beiden sind auf dem Dach, Leute. Auf dem Dach von Schwarzauer. Auf dem Dach von Schwarzauer. Nein. Über uns. Die machen... ähm... Hier auch... Warte, warte. Pain, ich hab das Smoke. Wir müssen doch nicht unbedingt picken. Okay, dann geh ich weg. Geh weg von dem Türrahmen. Ihr geht das, mach mal den. Smoke? Smoky drin. Panter, pass auf. Ist weggegangen. Gegen, gegen, gegen. Ist bei mir hier mit. Warte. Ich helfe dir ab. Ah, hast das Loch schon okay. Ist die da in dem Raum, wenn du nicht? Die Bahner, ähm... Ich kann sie dir scannen, wenn du willst. Die schlecke das Fenster ein, Panter. habe ich angeschlossen kann der noch mal pingen ich mag hier ich mag hier die muss er ja ich weiß noch mal sie hat mich kommt 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 Hand da du Hure wir haben noch eine Runde ne? ne das ist so klar nein das war Mist und schau doch mal auf die Strasse alter so also jetzt nachdem hier jetzt machen wir machen paar Leute ein Zuschauer von dem Letzten hab ich schon erledigt ich bin letzter jeder wurde bisher gemacht was? Screenshots von dem Endergebnis gleich hab ich das ist schon Endergebnis wir müssen nur 2 mehr spielen jetzt müsst ihr gleich ähm was wie ich Screenshot